Ich kann mich aus zwei Gründen an ihn erinnern. Er lief sehr schnell und er hatte seine Hand unter seiner Jacke versteckt. Kapital, Sie sind haftet! Hand die Wand und Beine auseinander! Schnauze! Sie haben alle Ihren Namen genannt und Sie sagen alle dasselbe über Sie. Und was, was sagen Sie? Ah. Dass Sie für wenig Geld arbeiten. Du übernimmst einen Mordfall? Brauchst du mir das etwa nicht zu? Habt ihr nur euren Spaß? Ich muss jetzt los, ich hab viel zu tun. Das ist die Mordwaffe. Sie werden sich noch damit verletzen. Ich übernehme diesen Fall. Sie haben Probleme mit Zeugen, Beweismaterial... Sie sind mein Problem, Ed. Was verlangen Sie, damit Sie sich da raushalten? Aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich hab dir geglaubt, ich hab dir vertraut. Ich hab geglaubt, dass uns beide etwas verbinden würde. Schuh! Schuh! Sag mir, wir machen Schuh! Die Realität verschwindet in nichts. Dann zieh ich meine Waffe und... Du bist tot, Mann! Du bist tot! Keiner stirbt, bevor ich nicht die Wahrheit weiß. Was ist ein großes Geheimnis? Die Fakten müssen vor Gericht. Was ist ein klassischer Thriller? Sie sind ein gefährlicher Mann, Mr. Dodd. Das hoffe ich. Was ist ein dreckiges Spiel? Willst du gewinnen, musst du kämpfen! James Woods Robert Downey Jr. Das dreckige Spiel. Das schare zu dir! Untertitelung des ZDF, 2020